Nicht abschalten, nein! Du bist ja immer ein sehr unterhaltsamer Talkgast in solchen Sendungen. Hören Sie mal, die Frage passt überhaupt nicht zu dem, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Und jetzt eine Übung. Ja, aber vor, hier musst du den Treff, hier. Ja, also Geduld muss man mitbringen. Nein! Du bist Coldplay-Fan! Ach, könnte ich mich reinlegen. Wolfgang, es war eine große Freude. Keine Ahnung, woran es gelegen hat, aber... ...